Liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu BSWA, bald Sarah Wagenknechts Anstalt. Stopp, 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 Herr Wopp. Sie wissen, was passiert, wenn diese Frau den Laden übernimmt, ja? Spaltung und Niedergang. Sarah ist ein Karrierebooster, guck dir mal an, wie die gerade abgeht. Diese Krise ist doch eine Riesenchance. Also ich sehe diese Chance eher als Krise. Ich meine, Satire, kann die das überhaupt? Ja, natürlich kann ich das. Kommt ein Migrant zum Arzt, sagt der Migrant, Herr Doktor, ich habe Schmerzen. Sagt der Doktor, was soll ich da erst sagen, ich habe Migranten. Ich fand es nicht so schlecht und ey, die Frau hat einfach ein Gefühl, ein Gespür dafür, wo es gerade politisch hingeht. Wir sollen aber jetzt den Rechten hinterherlaufen. Probier es doch mal. Ja, die Menschen will ja nur rechts aus Wut, um auf reale Probleme hinzuweisen. Welche Probleme? Ihren eigenen Fremdenhass? Ja, nur weil man Zuwanderung ablehnt, ist man ja noch lange kein Fremdenfeind. Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Doch, das ist genau die Definition von Fremdenfeind. Doch, doch, doch. Ich kann doch nicht sagen, der Himmel ist grün, nur weil die AfD sagt, der Himmel ist blau. Er sagt sie ja nicht. Die AfD sagt, der Himmel ist linksrot-grün verschwult und Sie schauen nach oben und sagen, stimmt. Stimmt. Ja, jetzt sehe ich es auch. Ich sehe es nicht. Ihre Ignoranz treibt doch die Menschen in die Arme der AfD. Ach, und wie gut, dass es jetzt eine Alternative zur Alternative gibt. Bei mir wissen die Menschen, wofür ich stehe. Zum Beispiel dafür. Ja, ich hätte natürlich tausendmal lieber mein Leben in der DDR verbracht, als in dem Deutschland, in dem ich jetzt leben muss. Warum bin ich denn jetzt links von Ihnen? Ja, weil Sie früher sehr links waren. Ich halte Ihnen ja auch nicht Dinge vor, die Sie als Jugendlicher mal gut fanden. Ich war ja auch kein Anhänger einer Diktatur, sondern von KISS. Auch nicht schön, aber das ist eben der Unterschied. Keiner fordert Sie heute auf, sich von KISS zu distanzieren. Das habe ich längst getan. Also, Leute, ich fände es jetzt super schade, wenn ihr wegen KISS nicht zusammenkommen würdet. Versucht es doch noch mal. Also gut, aber erst muss sie auf die Seite gesetzt werden, auf der Sie sich wohlfühlen. So, schauen wir doch mal, ob die Leute tatsächlich wissen, wofür Sie stehen. Zum Beispiel beim Thema Asyl. Schon wieder? Na ja, Sie haben damals gesagt, Abschiebungen stoppen, Flüchtlingsunrecht abschaffen. Ja, das war 2012. Vielleicht sollte ich das mal von meiner Homepage nehmen. Damals waren Sie noch für das Grundrecht auf Asyl. Ja, richtig. Ich konnte ja nicht ahnen, dass das Hunderttausende ernst nehmen. Ja, und jetzt wollen Sie Geflüchtete der Verfolgung ausliefern. Sie drehen mir das Wort im Mund herum. Ich bin natürlich dafür, dass verfolgte Menschen Schutz finden. Aber das muss ja nicht in Deutschland sein. Na klar, Sie sind ja auch für Pressefreiheit, muss ja nicht auf dem BSW-Parteitag sein. 2015 waren Sie noch für legale Fluchtwege, damit die Menschen nicht ihr Leben riskieren müssen. Sie sind sogar für Geflüchtete aufs Wasser gegangen. Ja, aber Sie sehen doch, das Boot ist voll. Das fühlen wir doch alle. Heute haben Sie das Gefühl, dass die allermeisten zu Unrecht in Deutschland sind. Ja, richtig. Wenn ich mich da mal selbst zitieren darf. Noch nicht einmal ein Prozent derer, die einen Asylantrag stellen, haben auch ein Asylrecht. Sarah Wagenknecht 2024. Ja, das ist vor allem mal falsch. 70 Prozent der Asylbewerber bekommen Asyl. Kann es sein, dass Sie lügen? Das ist eine ganz unverschämte Unterstellung. Ich sage lediglich sehr geschickt die Wahrheit. Nur ein Prozent erhält Schutz nach dem deutschen Asylparagraph. Der ja aber seit 30 Jahren bedeutungslos ist, weil europäisches Asylrecht gilt. Ja, natürlich. Aber um Stimmung zu machen, muss ich doch behaupten, dass sich 99 Prozent der Asylbewerber zu Unrecht in Deutschland aufhalten. 2012 haben Sie gesagt, die Leistungen für Asylbewerber seien viel zu niedrig und lassen ein menschenwürdiges Leben nicht zu. Ja, da war ich ja immer noch ein anderer Mensch. Heute wollen Sie, dass abgelehnte Asylbewerber keinen Cent Unterstützung mehr bekommen. Ja, die Frage ist doch, können wir dem deutschen Steuerzahler zumuten, abgelehnte Asylbewerber zu finanzieren? Ich finde nein. Aber können wir es dem Steuerzahler denn auch zumuten, eine Abgeordnete zu finanzieren, die bei Dutzenden Sitzungen des Bundestages fehlt, weil sie zu sehr damit beschäftigt ist, Nebeneinkünfte von 800.000 Euro zu erwirtschaften? Ich finde ja, das müssen wir uns leisten. Aber laut Verfassungsgericht hat jeder, der sich in Deutschland auffällt, einen Anspruch auf ein menschenwürdiges Existenzminimum. Nun, darunter versteht ja nun jeder etwas anderes. Vor allem die, die über ein Existenzmaximum verfügen. Haben Sie deswegen auch Vorbehalte gegen das Bürgergeld? Hier. Sie waren für die Abschaffung der Sanktionen, die Sie heute teilweise befürworten. Sie waren für eine generelle Erhöhung der Hartz-IV-Sätze, die Sie heute beim Bürgergeld ablehnen. Sie haben davor gewarnt, Bürgergeldempfänger und Niedriglöhner gegeneinander auszuspielen. Heute warnen Sie vor Sozialmissbrauch und sagen, das Bürgergeld sei unpopulär, weil die Hälfte der Empfänger keine deutschen Staatsbürger sein. Das sind doch alles AfD-Positionen. Worin unterscheiden Sie sich denn noch von der AfD? Dass wir nicht mit ihr zusammenarbeiten würden. Vermutlich. Vielleicht ist das nächste Woche schon ganz anders. Sie stehen für nichts, außer für sich selbst. Ich stelle mich der größten Herausforderung unserer Zeit. Der irregulären Migration. Oh Gott, ich kann's nicht mehr hören. Dann sage ich es noch einmal. Irreguläre Migration. Indem Sie etwas dauernd wiederholen, wird's auch nicht richtig. Es gibt keine irreguläre Migration. Vielleicht kann das irgendwann mal jemand den Leuten einfach erklären. So, Herr Uthoff, haben Sie abonniert? Glocke gedrückt? Was? Sich eines von den beiden Videos hier angeschaut. Hören Sie, es reicht mir vollkommen, dass ich in den meisten mitspielen muss. Herr Uthoff, glauben Sie, dass es die richtige Art ist, für uns Werbung zu machen? Wer hat sich dafür bezahlt? Nee. Was zum Henker mach ich dann hier? Ich... Er ist sonst nicht so. Sie können sich ja in der Zwischenzeit was ohne ihn anschauen. Er ist sonst nicht so.